Hallo Leute, heute Flächenberechnung eines Dreiecks und zwar wenn ich ein ganz gewöhnliches Dreieck habe ohne rechten Winkel, ohne sonst was, also kein Winkel hat 90 Grad, wie berechne ich dann diese Fläche? Und dazu brauche ich eine Seite und diese senkrecht davon zum anderen Eck, diese Höhe. Und diese kann ich dann einfach nur, C ist gleich, also hier diese Länge mal die Höhe und davor brauche ich noch ein Halb. Dann kann ich jetzt sowas berechnen. Funktioniert natürlich auch anders, hier wieder, wenn ich diese, oder machen wir es anders, wenn ich diese habe hier, ist besser zu zeigen, also B mal, so jetzt brauche ich hier aber senkrecht zu diesem Punkt hier, also ich brauche jetzt hier diese Länge X, was ja mein, also hier mal X und hier mal ein Halb. Also so läuft das überall ab, geht mit A genauso. Also hier für A brauche ich dann senkrecht hierzu, geht dann hier so rauf, also hier senkrecht weg, Länge Y, dann kann ich sagen, okay, Fläche ist gleich ein Halb A mal Y. Ja, und so berechne ich diese Freche. Ein, dieses gewöhnlichen Dreiecks. Ja, hoffe, das Video hat euch gefallen, wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Mathematik in 5 Minuten.